Jetzt geht's los. Das Bauschild steht. Unsere Einfahrt. Das ist ein riesiger, großer Zahnzapfen hier. Guck mal. Das ist doch kein Zahnzapfen. Guck mal, hier habe ich es abgeküsst. Hier rein, raus. Das ist die Einfahrt. Kaminfutter. Da musste alles noch geschlagen werden. Kaminfutter. Was? Oder wohl eher Fichten. Warum sind so die ganzen Bäume weg, Papa? Damit unser Haus dahin passt. Aber da sind noch mehr Bäume. Die Bäume, die waren schon weg. Und das ist auch noch schönes Kaminfutter. Da ist die Ecke des Hauses. So groß wird das Haus. Vorne und hintere Begrenzer. Schön groß. Albert Turin. Schön. Vielen Dank.